Christiano Ronaldo und Georgina Rodriguez freuen sich auf Zwillinge, auf dem ersten Bild ist der Schatten des Models zu sehen, vor allem die Silhouette ihres wachsenden Babybauchs sticht dabei sofort ins Auge. Ihren Beitrag kommentierte die 28-Jährige mit wieder »deutschem Leben« und einem Herzimoji. Die zukünftigen Geschwister der Zwillinge scheinen sich ebenfalls sehr auf den Nachwuchs zu freuen. Liebevoll küssen sie Georginas Babybauch, wie ein weiteres Bild zeigt. Ronaldo selbst ist auf dem nächsten Bild dabei zu sehen, wie er einen Kinderwagen schiebt, bald sechsfache Eltern, das Paar gab im Oktober via Instagram bekannt, dass es Zwillinge erwartet. Im Dezember lüfteten sie dann das Geheimnis um das Geschlecht, die beiden erwarten ein Mädchen und einen Jungen. 2010 gab der Kicker von Manchester United bekannt, Vater eines Sohnes geworden zu sein. 2017 wurde er Vater von Zwillingen, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Noch im selben Jahr kam das erste gemeinsame Kind mit Rodrigues zur Welt. 丸 boats wir haben sie